Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge WBOBS. Das schnellste und aktuellste Best of Pete's Meat. Nein! Hm, am Ende dieses Sprungs mache ich noch eine Bombe, Mama. Wass auch, wenn ich über die drei Figuren hier drüber fände. Passen, klären, ja. Oben, Tricks. Was ein krasser Heil-Hil-Hel-Hel-Hüter. Bram, ich mach Backup von hinten. Oh, oh. Oh, hast du? Gah! Was hat denn der Kuss? Das kann doch nicht was, was machst du denn? Ich hab so auf dich getrusted. 30 Sekunden, 3, 2, 1, tschüss. Tschüsseldorf. Das hab ich aufs Fütter gelesen, war super lustig. Oh Gott. Tschüsseldorf! Ich hab das Gefühl, er verfolgt mich. Tschüsseldorf. Ein Feinter irgendeinem hinterher. Nice, Bram, schönen guten Morgen. Was ist denn mit Tierbram jetzt? Ja, ist es auch. Wer kommt denn auf so einen Schwachsinn, ey? Ey, geh mal weg da. Oh, Christian, den kriegen wir! Den kriegen wir! Ah! Okay, ähm... Ach, Moment, Anish, das ist... Ist der Begriff, auf den du klickst, generate? Nein. Soll ich euch den Begriff nennen? Ja. Ja. Please. Please? Please. Bitte. Ja, habt ihr. Das war... Entschuldigung, das war kein... Ich hab das nicht verstanden. Das war einfach verwirrt. Oh! Christian. TheUselessWeb.com Ja! Korrekt! Das ist TheUselessWeb.com! Die ist saulustig. Take me to a useless website. Und wenn du draufklickst, dann kommst du zu irgendeiner Website. Ohhhh! Ähm, wo kann der denn gehen? Oh, bravo! Der hat dich extra getroffen, holy shit! Alter! Ich bin jetzt nicht gefeilt. Oh Gott, da rechts steht irgendwas, ein Panzer oder Panzerfaust. Der hat mich auch weggemacht. Also, äh, ich nehm den Mars. Langsam wird's schwer. Glaube ich. Also wär ich schon wenigstens aufgeschmissen. Den Mars! Schmeckt gut. Ja, und der ist kleiner als die Erde. Aber größer als der Mond. Okay. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, wir hoffen ja, dass wir da irgendwann dann da unsere geilen Mars-Kolonien drauf haben. Und, äh, das ist tatsächlich richtig. Der Mars ist im Durchmesser kleiner als die Erde. Ja, das hast du schon mal gedacht. Ich nehme mal, äh, die 6, der Mars. Und das ist spanisch. Tambien heißt auch. Das heißt auch zu mitnehmen. Ja. Und das ist halt fucking spanisch. Ein paar Sekunden später. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Da ist es rum. Ah, als ob das in Madrid... Oh, da ist... ...Segovia. Okay, 400 Kilometer entfernt. Ich hab gar keine Ahnung gehabt. Wo hast du denn rausgefunden, dass das in Spanien jetzt wirklich ist? Einer findet mich... Bump. Ähm. Sehr gut. Ähm. Ja, guck mal, wo Sepp ist. Ähm. Hallo? Jungs. Ja, aber nicht nur den geilen Stall, sondern das Haus. Könnt ihr den Stall... Ah, Leute. Hier kann man auch... Jetzt ob ich jetzt hier unser Haus abreiße. Ich komm hier nicht raus. Ähm. Also... Also... Die müssen wir nicht nachholen. Die müssen ja mit rein, ne? Ähm. Gibt es noch eine andere Tür? Oh. Eins. Hier, deine neue Freunde, Sebastian. Ähm. Äh. Oh mein Gott, was kommt? Da kommt Marge Simpson an. Kann ich dir... Gibt es dir noch eine andere Tür? Ha! Ich hab noch eine andere Tür gefunden. Hoffentlich schaltet ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei. Das Feuer. Vielleicht deckt nach hinten ab, okay? Alles klar. Warte, das heißt der ist schon oben in Apps. Nee, nee. Der hat die... Ja doch, da ist er doch. Was ist... Was? Wir standen alle drei hintereinander. Ha! Ha! Wollt mich verarschen. Ha! Ha! Das war jetzt ja belastend. Das war der Move des Wohlerz, Leute. Weiß ich nicht. Angeblich nicht. Das sind die Leuchte, die wir noch nicht geladen haben. Naja. Na ja. Na, weil Team Rot. Weißt du, die haben die Lappenswitches. Auf Ready gedrückt, glaub ich. Achso, Leute, ich muss auf Ready gedrücken. Oh, Leute, ey. Die mit den Lappenswitches. Die mit den Lappenswitches. Peter, Alter. Der Lachs so schläft, was ist das? Ich muss abhauen. Was? Das tut er. Das macht doch gar keinen Sinn. Hä, wieso ist die Karre so langsam? Finale der Mini-Season. Letzte Strecke. Letzte Chance, überhaupt Punkte zu sammeln. Jouvenazi führt. Haben die irgendwas umgestellt? Ich klatsche. Ich klatsche. Oh. Jay. Nein, 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 nein. Riffass. Das ging jetzt aber schnell. Riffass. Wie schön ist das denn jetzt? Oh, die hab ich immer vergessen. Oh Gott. Ich muss kurz nichts probieren. Oh Gott, ich hab die schon wieder vergessen. Alter, was ist eigentlich gerade mit Jay? Die Dinger sind so geil. Nee. Das ist das Schlimmste, was das gibt. Alter, das bist... Da gibt es Gute und Schlechte, sag ich mal so. Das sieht eher nach Schlecht aus. Das Allerbeste. Also wenn ich... Wenn das mit dem Haus so nix geben sollte, dann... Tür auf, mach die Tür auf. Auf. Oh mein Gott. Raus! Raus! Oh Gott, ist er tot. Ich glaub ich hab einen mitgenommen. Ja, hast du. Ich hab einen mitgenommen. Alter, die haben wir... Diese Grandeur sind ja insane. What the fuck, die war ja mal richtig scheiße. So, das war's auch schon. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, falls ihr dies nicht schon getan habt. Zudem könnt ihr euch hier ein paar weitere Videos reinziehen. Tschüssi, du er- Tschüssi, du ar-